Dann freue ich mich, euch begrüßen zu können. Ich war ja, wie gesagt, letztes Jahr schon da und habe das vorgezeigt. Und es hat richtig Spaß gemacht, weil es war so eine schöne Gruppe. Also ich bin aus dem Waldviertel, also aus dem Gebirge. Wir haben 700 Meter Höhe. Also nicht wirklich, ich komme aus der Schweiz ursprünglich, aber es ist schon 20 Jahre jetzt in Österreich. Und es tut manchmal gut, wenn sich Leute ein bisschen ähnlich sind. Permakultur ist ja jetzt nicht gerade das, wo man sagen kann, das macht die breite Masse nicht. Das wird oft viel belächelt, vor allem von den Industriellen, die natürlich Monokulturen haben möchten und so weiter. Und genauso wird das, was ich mache, belächelt und wurde immer belächelt. Und eigentlich habe ich jetzt die letzten drei Jahre, wäre ich schon fähig gewesen, nur mit Wasserstoff, mit selbst hergestellten Wasserstoff zu heizen. Und ich habe es nicht gemacht. Warum? Weil immer wieder von einem super gescheiten, studierten Uni-Professor oder so ein Einwand kam, warum denn mit Strom ein Gas erzeugen und dann mit dem Gas heizen. Da sind ja Verluste überall, das kann ja nicht funktionieren. Und warum nicht mit Strom direkt heizen, das ist ja viel besser, haben die behauptet. Ohne diese Zelle, meine Arbeit überhaupt je gesehen zu haben. So wird das gemacht, nicht? Ich bin aber Gott sei Dank nicht ganz allein unterwegs. Also, ich kann sagen, der Andy Daniel, der da Film aufgebaut hat, der hat mich schon seit, also die letzten fünf Jahre wahrscheinlich begleitet filmisch und dann immer wieder dokumentiert. Dann habe ich im Zuge von vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, dann auch plötzlich sind einmal bei mir zwei Uni-Professoren von der BOKU in Wien bei mir vorbeigeschaut. Der eine hat sich vorgestellt, ich bin von der Abteilung für Sicherheitstechnik und Energiewesen. Ich habe gerade einen Schock gekriegt im ersten Moment, Sicherheit, und habe gedacht, ja, was wollen die? Und das waren dann aber ganz nette Leute, es hat sich ein wunderschöner Kontakt ergeben. Das Ende war dann von dem Besuch, dass ich bei denen in Wien einen Kurs machen musste für acht Uni-Leute. Die wollten unbedingt so eine Zelle haben, bauen, damit sie das Gas, dieses Wasserstoffgas näher erforschen können. Die wollten dann voll einsteigen und das erforschen und die haben auch schon begonnen. Und zwar haben sie Unterschiede herausgefunden zwischen dem Gas, was wir da erzeugen, und einfachem H2, was man aus der Flasche kauft von einem grossindustriellen Gashersteller. Und da haben sie festgestellt, dass da Dinge nicht zusammenpassen mit diesem Gas, was eigentlich gar nicht sein kann. Und das hat sehr gut angefangen. Und dann ist, wie gesagt, dieser Professor, der denen vorgestanden hat, in Pension gegangen. Jetzt haben wir ja gerade gehört von Andi, wie das passiert ist, unter Druck. Und es gibt kein Geld mehr, um das zu erforschen. Man macht nicht weiter. Also diese Leute machen zwar noch weiter, aber halt im Kleinen. Aber wir haben einen schönen Kontakt. Und ich muss sagen, ich habe in der Zeit, es sind jetzt sieben Jahre, sieben, fast acht Jahre, wo ich mit dem angefangen habe, ich habe viele nette, tolle Leute kennengelernt. Ich habe Physiker kennengelernt. Alles Mögliche und hochgescheite Köpfe. Und die haben mich auch besucht. Keiner von denen hat je gelacht. Lachen tun nur die Halbgebildeten. Die glauben, sie wüssten einfach alles. Und jetzt einmal zu diesem Gerät. Also mit diesem Gerät kann man Wasserspalten. Ganz einfach. Die meisten wissen das nicht einmal, weil offiziell heisst es ja, es ist völlig unrentabel. Es hat keinen Sinn. Man ist vielleicht bei 40 oder 50 Prozent effizient. Fakt ist, dass so eine Zelle, und das wurde mir damals auch bestätigt von der Uni, unsere Zelle, und das ist die einzige, liegt, also ich muss sagen, die Messung erfolgte an einer Zelle, die kalt war. Die hat etwa 9000 Joule gebraucht an Energie. Und wenn sie warm ist, braucht sie dann nur noch 7000 oder 7500. Und bei der kalten Zelle wurde bestätigt, die Zelle liegt 10 Prozent über den Werten der Lehrbücher, was die in den Unis haben. Also das ist schon mal ganz toll, nicht? Ja, und ich habe auch eigentlich, ich habe eigentlich einen guten Weg gehabt, weil ich habe nie groß hinausgeschrien in die Welt und Behauptungen aufgestellt. Ich habe nie gesagt, das ist freie Energie. Ich habe nur gesagt, Leute, diese Erfindung ist fast 200 Jahre alt. Und der Faraday hat 1832 schon Versuche gemacht mit Spalten von Wasser. Warum wissen wir von dem nichts? Das ist scheinbar an uns vorbeigegangen, nicht? Dass es so eine Möglichkeit gibt. Und jetzt schaut es euch das mal an. Was ist das, was wir da haben? Wir haben einen Stoff, Wasser, der wird zerlegt in seine Bestandteile, in seine atomaren Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn er wieder zusammengefügt wird, erzeugt er Energie und ist wieder dasselbe Wasser, was vorher war. Es geht nichts verloren. Jetzt sucht ihr mir mal einen Stoff, irgendeinen Stoff. Es gibt keinen. Auf der ganzen Welt gibt es keinen Stoff, der dasselbe macht. Einen Stoff, den man verbrennen kann und der nachher wieder sich selber ist. Wenn ich Kohle verbrenne, was bleibt über? Einen Haufen Abgase, Stickoxide und Asche. Wenn ich Holz verbrenne, was bleibt über? Asche. Wenn ich Öl verbrenne, was bleibt über? Einen Haufen Ruß im Kamin und Abgase. Wenn ich Wasser verbrenne, bleibt über? Wasser. Und allein dieser Gedanke würde mir sagen, mit dem bin ich eigentlich immer unter die Leute gegangen, dann schaut es euch doch das einmal an. Wenn wir jetzt eine Zelle haben, die so 96, 95 Prozent effizient ist, dann kann man doch nicht das einfach auf die Seite schieben und sagen, ist nichts, das brauchen wir nicht. Und ich bin richtig böse auf die Welt gekommen in diesen sieben Jahren. Weil ursprünglich habe ich geglaubt, man kann was machen für die Klimaerwärmung oder gegen die Klimaerwärmung. Und ich habe dann eigentlich erfahren müssen, dass die Wirtschaft, die Politik, das überhaupt nicht interessiert. Es interessiert keinen, ob die Welt zugrunde geht. Das Einzige, was interessiert, ist Profit, Profit und nochmal Profit. Und wir Kleinen, wir können nichts oder fast nichts machen, um dagegen anzugehen. Wir dürfen schon gar nicht groß öffentlich auftreten und sagen, hallo, da haben wir was, weil dann sind wir gleich erledigt. Es gibt dutzende Beispiele von Leuten, die zum Beispiel ein Stanley Meyer in Amerika, der hat mit diesem System, der hat das noch perfekter gehabt. Der ist gestorben oder gestorben worden. Der ist mit einem Auto mit Wasser gefahren, ohne Benzin. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Das sind Kräfte gegen uns, dagegen, die das nicht zulassen wollen, dass wir jemals eine andere Energie nehmen als Öl, Kohle oder Atomkraft. Und das in einer Zeit, wo eigentlich, wo man sagen muss, ich weiss noch, vor sechs Jahren hat es geheissen, wir haben noch zehn Jahre Zeit, um den Klimaumschwung rückwärts zu drehen. Klimaschraube rückwärts zu drehen. Jetzt sind schon sechs Jahre vergangen von den zehn. Jetzt haben wir noch vier Jährigen. Was macht man denn in dieser Zeit? Und es ist einfach ein Wahnsinn. Und man könnte eigentlich nur noch heulen, wenn man sieht, was da mit unserer Welt gemacht wird. Und das Einzige, und ich weiss auch, ich kann nicht die Welt retten. Und keiner von uns kann das. Aber wir alle zusammen können einen Beitrag, mindestens den Beitrag leisten, dass wir sagen können, wir haben wenigstens etwas versucht, wenigstens etwas getan. Und das ist das, was ich mache. Menschen das zeigen, damit sie selber entscheiden können, ja, ist das was? Oder ich will euch nichts verkaufen, ich kriege auch nichts davon. Jetzt zeige ich euch erst einmal die Zelle. Also nicht erschrecken, da ist gefärbtes Wasser drin. Ist also, in der Zelle, wie wird das Wasser gespalten? Wasser, Anode, Kathode, also zwei Elektroden, und da gibt man einen Strom drauf. Das ist das Einfachste von allem, oder? Also ich gebe ein Plus und ein Minus auf zwei Stahlplatten, und dazwischen ist Wasser. Und wenn ich das mache, dann gibt das Wasser, wird gezwungen, wird forciert, sich zu verändern, und gibt das eine etwas ab, und das andere nimmt etwas auf, und am Ende haben wir zwei separate Teile, immer zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Also ich habe immer zwei Drittel Wasserstoff, ein Drittel Sauerstoff da drinnen. Und da habe ich jetzt zwei Platten erklärt, und diese Zelle ist nichts anderes als 24 mal zwei Platten. Das heisst, ich habe 25 Platten, eine hinter der anderen gestapelt, und da ist immer nur ein Millimeter Abstand, und dazwischen ist das Wasser. Und wenn ich Strom einschalte, und das mache ich jetzt, ich habe es jetzt auf 5 Ampere eingestellt, also 6 Ampere mal 47 Volt haben wir jetzt da. Vielleicht gehe ich nach hinten, dass ich nicht den... Und man sieht jetzt da, da kommt Gas raus, man hört es auch. Und wenn ich das Feuerzeug nehme, dann habe ich eine Flamme. Wenn wir jetzt da mal sagen, wir haben 12 Ampere raufgegen, da seht ihr, wie das ordentlich sprudelt. Also ich schalte ein, und sofort geht es los. Da habe ich eine schöne Flamme. Ihr seht, die Flamme eigentlich nur vielleicht bis daher. Aber in Wirklichkeit ist sie so. Wenn ich da oben, da verbrenne ich mich. Ich kann da nicht mehr hin. Der Witz, die Flamme, die hat ganz verrückte Eigenschaften. Sie ist an und für sich nicht so heiß, ich kann so durchfahren, aber wenn sie auf etwas trifft, auf eine Materie, dann wird es irre heiß. Bis 3.800 Grad. Unter Umständen bis 6.000 Grad. Das können wir nicht mehr sagen. 3.600 Grad ist sicher, weil Wolfram löst sich auf. Und Wolfram liegt etwa bei 3.400 Grad. Es könnte also sein, wir sind aber nicht sicher. Es kann sein, dass der Wolfram eben nicht... Der schmilzt nicht, sondern der wird einfach weniger. Jetzt ist es möglich, dass der Wolfram verdunstet, sich auflöst, verdampft. Und die Verdampfungstemperatur von Wolfram wäre um die 6.000 Grad. Wo haben wir ein Ding, was so etwas kann? Ich kann damit Stahlplatten durchschweissen. Ich kann Kupfer zum Beispiel löten, Kupfer, Messing. Ich brauche keine teuren Flaschen von der Firma K... kaufen. Ich habe das alles frei aus. Für relativ wenig Aufwand. Was haben wir jetzt da? 12 Ampere mal 51 Volt. Und jetzt, wenn ihr seht, wenn ihr das beobachtet, am Anfang, jetzt ist die Zelle noch kalt. Da braucht sie relativ viel Spannung. Je wärmer die wird, desto mehr kommt die Spannung runter. Das heisst, ich brauche immer weniger. Und am Ende habe ich dann 5 Liter Gas quasi in einer Minute hergestellt mit etwa 640 Watt. Und das ist eine sehr hohe Effizienz, kann man sagen. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, was da passiert. Nehmen wir mal zuerst so ein Stückchen Schamotte. Das Schamotte habe ich geschnitten. Diese Schamotte war in einem Rohr und da bin ich mit der Flamme in dieses Rohr rein, auf diese Schamotte. Und man sieht, es ist ein etwa 3 bis 4 Zentimeter tiefes Loch in der Schamotte. Also wenn ich jetzt da mit der Flamme auf die Schamotte gehe, die wird gerade glühend. Da haben wir jetzt sicher 700 Grad da schon. Schon mal 700 Grad. Aus dem Stand. Und jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich jetzt ganz nah hingehe. Und zwar, ich mache das jetzt so, ich gehe so nah hin, wir haben ja gesagt, Wasser wird durch die Flamme wieder zusammengefügt, wird wieder Wasser, also zuerst einmal Wasserdampf. Jetzt kommt da Wasserdampf an. Wenn ich jetzt so nah hingehe, dass der Wasserdampf keine Chance mehr hat, abzuhauen, links und rechts, dann kommt dieser Wasserdampf auf eine Stelle, die vielleicht 3000 Grad ist. Und was passiert, wenn Wasser auf 3000 Grad trifft? Es spaltet sich gerade wieder. Und jetzt schaut mal, was jetzt da passiert. Ich erzeuge Licht und das ist nicht zu verwundern. Dieses Licht hat dasselbe Spektrum wie die Sonne, wie das Sonnenlicht, weil letztlich auf der Sonne eigentlich die ähnlichen Prozesse ablaufen wie hier aus diesem Wasserstoffgas. Was haben wir auf der Sonne? Wasserstoff, Helium, wird Helium umgewandelt. Also, ist das nicht verrückt? Man könnte mit der Flamme auch Edelsteine erzeugen. Weil derselbe Prozess, was im Vulkan abläuft, machen auch gewisse Leute, es ist mir schon mal gelungen, aus Siliziumkarbi, ein absolut perfektes, rundes Kügelchen. Ich weiss nicht, was das für ein Edelstein macht. Absolut durchsichtig, absolut klar, minzig klein. Irgendwann habe ich es dann verloren. Aber was wir da alles machen, ist unglaublich. Und auch da, wenn ich da draufgehe, sofort fängt das an zu leuchten. Die Leute haben immer Angst vor Gas. Und ich kann euch sagen, wenn ihr ein Stadtgas habt, Anschluss, dann könnt ihr auch Angst haben, weil ich glaube, 60% aller Stadtgasanschlüsse sind marode. Da gibt es Leitungen in einer Stadt, die sind undicht und da kann aus einer Kanalisation mal Gas austreten und einer geht mit der Zigarette umdruck und wumm. Und man hört es auch immer wieder, dass Häuser in die Luft fliegen. Ich glaube, Gas ist immer dann gefährlich, wenn wir riesige Mengen haben. In Fukushima, wo die Kernschmelze war, da ist automatisch, kommt es zur Erzeugung von Knallgas. Aber dann in einer Halle, die, ich weiss nicht, von hier bis 100 Meter weit geht, riesige Halle, riesige Knallgasansammlung. Und wenn da ein Fünkenge losgeht und das hochgeht, dann gute Nacht. Was haben wir hier? Wir haben prall vollgefüllte Zelle mit Wasser, nur da oben ist ein Dreieck, wo Gas ist. Das geht über dieses Schläuchlein in den Behälter, in den ersten Behälter, in den Vorratsbehälter. Da ist Wasser drinnen auch nur. Jetzt steigt dann da durchs Wasser das Gas auf. Jetzt habe ich hier das Gas. Wäre jetzt irgendwie ein Problem an der Zelle, sagen wir einen Kurzschluss, das kann es aber praktisch nicht geben, dann kann dieses Gas sich nicht entzünden, weil da ist ja Wasser dazwischen. Wäre jetzt andererseits von da her irgendein Funke, dann kann nur dieses Gas hochgehen. Und wenn jetzt, was haben wir da drinnen? 200 Milliliter Gas. Wenn 200 Milliliter Gas hochgehen, wisst ihr, was dann passiert? Dann macht es einen lauten Duscher, dass man glaubt, man hört fast nicht mehr, aber das war's. Es passiert nichts. Gar nichts. Vielleicht fliegt auch der Behälter auseinander und man muss nachher Wasser auf dem Boden aufwischen. Aber passiert nichts. Nichts Gefährliches, was schlimm ist. Und jetzt haben wir aber nicht nur diese Behälter da, sondern wir haben da noch einen sogenannten Arrestor. Der hat ja jetzt gemacht, dass als ich die Flamme ausgeblasen habe, ist der Funke da hängen geblieben. Das ist ein ganz fein gesponnenes, man nennt das Sintermetall, also gesinterte Kügelchen von Metall, von Edelmetall, was so feine Poren hat, dass da kein Blitz, keine Flamme mehr durchgeht. Der hat es aufgehalten. Und weil ich ja doppelt sicher unterwegs sein will, habe ich noch einen zweiten Teil da. Da ist ein zweiter Arrestor. Jetzt habe ich zwei Sicherheitsstufen plus den sogenannten Bubbler, wie man das nennt. Also was kann da passieren? Wenn man vernünftig mit diesen Dingen umgeht, kann eigentlich nichts passieren. Wir können da schon einen Ballon aufsteigen lassen aus dem Fenster. Das stört niemanden. Ich gehe jetzt auf 16 Ampere. Weil es nicht angezündet ist. Da. Warum Gas rauskommt? Ja, wieso keine Flamme jetzt rauskommt? Weil ich sie nicht angezündet habe. Ja, okay. Also man kann mit diesem Gas schweißen und natürlich kann man auch heizen. Es gibt nur keine Geräte dafür. Es gibt Gasthermen, die kann man nicht verwenden für dieses Gas. Man müsste das alles neu bauen, aber es ist viel weniger kompliziert als, sagen wir, irgend so eine Gastherme. Es braucht nicht so viel Aufbau. Und ich habe das, ich zeige euch das jetzt als nächstes dann. Das ist das Einfachste vom Einfachen, wo ich sagen kann, ich habe das Heizen auf die einfachsten Nenner runtergebrochen. Und das könnte in jedem Entwicklungsland passieren, wenn man will. Aber jetzt haben wir ihn schon. Ja. So. Schalte ich mal ab. Ich hoffe jetzt, dass der schon groß genug ist. dass er fliegt. Also jetzt habe ich Wasser in den Ballon gefüllt, nicht? Ist euch das klar? Einen Ballon mit Wasser befüllt. So. Habt ihr schon mal fliegendes Wasser gesehen? Dieses Wasser fliegt. Da darf ich jetzt aber nicht mit dem Feuerzeug hin. Weil das geht dann ein lautes Geräusch. Wenn ihr wollt, dann macht ihr mal das Fenster auf. Und wenn er da oben an der Decke ist, kriegen wir ihn nicht mehr runter. Das ist zu hoch. Lass man steigen. Weil es ja immer heisst, warum nicht mit Strom direkt heizen. Also jetzt muss ich zuerst einmal dieses Argument entkräften. Und jetzt müsst ihr euch nicht vorstellen, dass ich irgendwas zu sagen hätte in der Welt. Wenn ich was sage, ist das nichts. Das muss ein Professor sagen. Nicht der, wenn der sagt, so ist es, dann ist es so. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ein Mensch und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas ganz sicher weiss, hundertprozentig sicher weiss, weil ich es hundertmal durchprobiert habe, dass wenn ich dann von diesen Dingen spreche, dass das ganz anders bei den Menschen ankommt. Es geht nicht immer um Beweise, es geht nicht immer darum, dass man Recht hat, sondern es geht darum, ob man sich seiner Sache sicher ist. Wäre ich jetzt eine Biene, hätte ich es wesentlich leichter, weil die Bienen haben ein ganz einfaches Reglement, wenn eine Biene Futter gefunden hat, Nektar gefunden hat, dann kommt sie zurück zum Stock und führt einen wilden Tanz auf. Und sie erlaubt sich aber nicht, sie hat Charme, sie erlaubt sich nicht, einen wilden Tanz aufzuführen, wenn sie nur wenig Nektar gefunden hat. Wenn sie viel gefunden hat, also je nachdem, welche Biene wie verrückt tanzt, der folgen dann alle anderen. Also wäre ich eine Biene, dann müsste ich eigentlich nur tanzen und dann wäre die Sache gelaufen. Bin ich aber nicht. Also jetzt muss ich einfach das sicher sein, dass das, was ich sage, nicht blöd ist und dass ich vor allem, es geht mir ja nicht darum, anderen was zu beweisen, andere von etwas zu überzeugen, es geht mir darum, dass ich selber nicht in die Irre gehe. Weil wenn so Argumente kommen, dann muss man sich fragen. Und ich meine, wir Menschen oder viele Menschen sind so, dass sie sich das zu Herzen nehmen und sagen, oh Gott, also habe ich drei Jahre ausprobiert, mit Strom zu heizen. Was meint ihr, was passiert ist? Stromrechnung ist durch die Decke geschossen. Angefangen habe ich das Haus mit Ölradiatoren, Heizlüftern zu beheizen, den ganzen Winter Stromrechnung durch die Decke durch. Dann habe ich, Gott sei Dank, Photovoltaik-Panelen bei mir aufs Dach gemacht. Wir haben etwa 3.500 Watt Leistung und dann habe ich in einem Jahr 4.000 Kilowattstunden selber Strom erzeugt. Ich bin jetzt offiziell Stromerzeuger, aber nur minimal. Also es ist nichts, was ich da liefere. Für mich reicht es. Und ab da konnte ich mir sagen, okay, jetzt mache ich den Versuch, ich haue den Strom, den ich erzeuge im Sommer, zum Fenster raus und mache ein weiteres Jahr Heizen mit Strom. Damit ich es auch ganz sicher weiß. Und ihr glaubt nicht, das weiteres Jahr vergangen, wieder kommt irgend so ein Siebengscheiter, der sagt, ja warum denn nicht mit Strom heizen? Ich kann euch jetzt nur eins sagen, haut eure Ölradiatoren, eure Heizlüfter weg und macht sie nie wieder an. Außer vielleicht das Gebläse, das geht noch, aber geht nicht. Also das weitere Jahr, dieses Jahr habe ich jetzt einen folgenden Versuch gemacht. Ich habe gehört, ich bin ja dann immer den neuen Dingen gehe ich nach, habe ich gehört. Es gibt super hocheffiziente Infrarotpanelen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind Panelen, so 60 mal 60 oder 30 mal 60 und da steckt man eine Steckdose ein, ist super einfach, hat einen Thermostat, die wird heiß, 70 Grad, nicht? und dann heizt das Zimmer aber mit Strahlungswärme, die hat Infrarotwellen. Das heisst, man kann die Raumtemperatur niedriger halten, weil die Infrarotstrahlen ein angenehmes Gefühl machen, also wie ein Kachelofen. Also, ich ins Internet bestelle Infrarotpanelen, drei, vier Stück und dann habe ich gemerkt, hallo, was geht denn da ab? Die Infrarotpanelen, die kosten bis zu 800 Euro und ich habe geschaut, wie ist das gebaut und ich habe mir sie selber gemacht. Also gehe ich hin, baue selber eine Infrarotpanelen, die geht genauso gut, wie die gekaufte und die hat keine 50 Euro gekostet. Auch eine Möglichkeit, günstig zu heizen. Also habe ich das durchgezogen. Jetzt habe ich diesen Winter, habe ich gesagt, nicht, wir haben Hunde, Katzen, da ist ein Durcheinander drüber, drunter, da ist das, was ich jetzt da vorführe, vielleicht nicht so ganz geeignet, weil das müsste dann so verbaut sein, dass es nicht kippen kann, dass nichts passieren kann und das ist ja eigentlich nur eine Versuchsanordnung. Das ist jetzt nicht, da kann man jetzt nicht sagen, das ist etwas, was fix installiert ist, also das ist noch nichts perfekt, das ist nur, wisst ihr, ich bin ein Typ, ich suche Antworten und wenn ich sie habe, dann interessiert es mich nicht mehr, dann gehe ich zum Nächsten, nicht, und jetzt habe ich die Antworten, die ich brauche, man könnte jetzt das perfektionieren, man könnte das automatische Steuerung und alles machen, auch die Zelle, aber das interessiert mich schon nicht mehr, weil es interessantere Dinge gibt zu erkunden. das können x Leute machen, nicht, aber offenbar das, was ich da mache, das machen nicht viele, oder? Und also, habe ich mir gesagt, meinen Büroraum, 20 Quadratmeter, den will ich nur mit Wasserstoff heizen. Jetzt habe ich mir da, das ist eine eigene Entwicklung, ein Rohr und ich bin auch kein Freund von Aluminium, weil Aluminium braucht irre viel Energie in der Erzeugung und ist auch nicht gesund, aber ihr müsst halt verstehen, wenn man sowas macht, muss man schauen, man hat kein Budget, ich habe keine Millionen zum Forschungsgeld, ich muss mit dem knappsten auskommen, also habe ich mir ein Aluminiumrohr besorgt und das Lustige ist, wenn ich das rund habe, dann kostet es 13,70 Euro wenn ich es eckig habe, kostet es 1,30 Euro. Frag mich, warum ist das so ein Unterschied? Das gleich große Rohr, rund ist 13,70 Euro, eckig ist 1,30 Euro. Also habe ich mal ein eckiges besorgt, das ist billiger, es schaut noch nicht schön aus, aber es muss ja nur funktionieren und für den Testreigen. Jetzt steht ja vor, dieses Rohr, da unten ist der Gasanschluss, nicht? Dieses Rohr ist jetzt von unten bis oben, komplett mit Sand gefüllt, nicht? Und jetzt, was passiert jetzt? Machen wir einen Versuch. Jetzt steigt der Gas, steigt im Sand auf, weil der Sand drinnen ist und jetzt gehe ich mit der Lampe, das ist jetzt auch händisch, jetzt nicht erschrecken, es kann ein bisschen knistern, aber ich mache das jetzt noch händisch, aber gedacht wäre es eigentlich, dass man da drinnen dann eine Heizspirale hätte, elektrisch natürlich und diese Heizspirale, da drückt man auf den Knopf, wichtig ist, dass dieser Sand da oben 60 Grad erreicht. Oh, jetzt hat es geknackt, ja, das macht es jetzt halt, da, da, da ist jetzt schon, da kommt jetzt das Gas hoch, nicht? und bis das so richtig heiss ist, kann es jetzt noch ein bisschen so knacksen, so. Es wird aber immer weniger und ich kann mit der Lampe immer prüfen, ob noch ein Gas unverbrannt rauskommt oder nicht. Und jetzt kann ich da schon nicht mehr anfassen, da kann ich noch anfassen. Es ist, der funktioniert jetzt leider nicht ganz so, wie er sollte, weil es ist mir, beim Transport, ich habe vor vier Wochen war, dass da im Waldviertel einen Termin gehabt, da habe ich sie mitgenommen, ist mir umgelehrt und jetzt ist das rausgefallen und muss wieder reintun. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das schön zu machen, aber für diesen Zweck ist ja jetzt eigentlich wurscht. Das hört dann, wenn das richtig warm ist, irgendwann aufzulärmen. Und was habe ich jetzt da? Eigentlich kann ich so schon heizen. Ich brauche nichts mehr. Ich habe ein heißes Rohr. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal anfassen. Wir könnten es jetzt auch eine Stunde oder eine halbe Stunde laufen lassen, aber da wir hier schon sehr warm haben, möchte ich nicht zusätzlich noch heizen, ist nicht nötig. Aber da brennen und ihr könnt da mit der Hand oben rauf. Das dauert jetzt natürlich eine halbe Stunde, bis das ganze Rohr bis unten hin heiss ist. Schaut mal, schaut das Glas an. Es ist noch keine Leistung. Was sind drei Ampere? 120 Watt. Jetzt seht ihr schon, das fängt sich innen dann an zu beschlagen. Es ist schwierig. Es ist wirklich kaum eine, aber ihr seht schon. Es ist wieder die Vereinigung. Ja, da sieht man, dass da oben Wasserdampf rauskommt. Eigentlich funktioniert das nur mit Sand, ohne irgendwas dazu. Einfach Sand rein, dann muss ich das aber oben anzünden und dann habe ich oben eine Flamme, die brennt. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein Trick. Die oberste Schicht ist sogenannte platinierter Sand. Ich kann ganz einfach mit Sachen, die ich aus der Apotheke kriege, Sand platinieren. Und zwar gebe ich ein Stückchen Blattplatin in Königswasser. Wisst ihr, was Königswasser ist? Salzsäure und Salpetersäure gemischt. Damit prüfen wir, ob Gold echt ist. Weil wenn Gold nicht echt ist, dann bleibt etwas hängen bei der Probe. Und wenn ich jetzt dieses Königswasser nehme und ich gebe Blattplatin rein und ich erwärme das, dann löst sich das Platin auf, wird flüssig und ich gieße das über den Sand. Und dann ist mein ganzer Sand, jedes einzelne Sandkorn, mit einer drei bis vier atomstarken Schicht Platin überzogen. Und diese Schicht macht, dass das Gas wieder zusammengewürgt wird. Kostet drei, vier Euro, mehr nicht. Wenn ich das machen ließe, würde ich Hunderte zahlen. Also wenn ich... Aber das Gas verbrennt ja da oben nicht. Das Gas verbrennt da oben, ja. Aber ohne Flamme. Es ist keine Flamme da im Spiel. Es brennt und brennt und brennt. Ich habe diese Heizung, jetzt wohne ich ja im Waldviertel und da sind die Häuser nicht so trocken wie sonst wo Wohnungen. Also wir müssen schauen, dass wir nicht zu viel Feuchtigkeit kriegen. Jetzt wollte ich nicht, weil da Wasserdampf rauskommt, ist allerdings sehr wenig. Wollte ich ja nicht noch mehr Wasserdampf, also Feuchtigkeit ins Haus lassen. Also habe ich mir gesagt, okay, dieser Wasserdampf, den muss ich auffangen. Und habe mir so eine Glocke gebaut. Und im Prinzip ist das nichts anderes als ein grösseres Rohr. Das hat fünf im Durchmesser, das hat acht. Und unten habe ich so U-Profile reingeleimt mit Hochtemperaturkleber, da ein Loch gebohrt. Jetzt kann dieses Wasser, was da aufsteigt, da oben rundherum kondensieren und wenn ich das dann da drauf stelle so und das kann ich dann fixieren, nicht? Ich kann dann die Heizung kleiner machen, grösser machen, bis ein Meter kann ich sie ausfahren. Dann tropft das durch dieses Löchlein da ab. Und dieses Wasser, was da rauskommt, gebe ich dann wieder in die Zelle zurück. Ich brauche kein neues Wasser kaufen. Es ist dasselbe Wasser, was da verdunstet, was wieder in die Zelle zurückkommt. Und so, nein, nein, ist kein Perpetum mobile, das ist, ich brauche ja Energie, ich habe ja Energieaufwand. Und jetzt zur, wer hat das gefragt, Wirkungsweise, ja. Was habe ich gebraucht? Jetzt stellen wir es wieder ab. Ich habe den ganzen Winter 4000 Kilowattstunden Strom verbraucht für meine Infrarot-Panelen. Also, fünf Räume Infrarot-Panelen, ein Raum Gasheizung. Von diesen 4000, also mehr habe ich nicht gebraucht, diesen Winter. Zusätzlich habe ich noch drei Festmeter Buchenholz verbrannt. Jetzt habe ich eingangs gesagt, ich habe 4000 Kilowattstunden Strom selber erzeugt, 3000 Kilowattstunden von diesem Strom habe ich selber verbraucht, also nicht eingespeist und wieder zurückgekriegt, sondern selber vor Ort verbraucht. Das heisst, ich muss von den 4000 Kilowattstunden Strom eigentlich nur 1000 Kilowattstunden Strom rechnen, was ich gebraucht habe zum Heizen. Das sind 230 Euro plus die 240 Euro fürs Holz, für drei Festmeter Holz, macht 470 Euro. Normalerweise, wenn ich mit Holz heize, dann kostet mich ein Winter 1000 Euro, 1200, je nachdem. Das ist so, es ist noch günstig. Hätte ich eine Ölheizung, dann würde es 2000 kosten, eine Gasheizung würde auch viel kosten, Pellets würde auch viel kosten. Da bin ich jetzt den dritten Winter trotz der Versuche mit Strom auf 470 Euro unten. Und dabei ist der meiste Strom verbraucht worden für die Infrarot-Panelen. Die hat jetzt, um euch das vorstellen zu können, das ist jetzt wirklich der Hammer. wenn wir von Effizienzen und von Wirkungsweise reden, es kann sich ja niemand was vorstellen gescheit. Was sind 30 Kilowatt, was sind 100 Kilowattstunden, was ist das? Also, jetzt sage ich euch etwas. Ein Kilogramm Buchenholz hat einen Energiewert von 4,2 Kilowattstunden an Energie, Heizenergie. Ein Kilogramm Buchenholz 4,2 Kilowattstunden. Hier habe ich den ganzen Winter meinen Raum 20 Quadratmeter mit, also das ging je nach Temperatur, da muss man jetzt auch schauen, wenn es jetzt warm war, brauche ich nur 60 Watt, wenn es dann sehr kalt wurde, bis zu 300 Watt, also rechnen wir mal sagen wir mit 250 Watt, 250 Watt, das sind 0,25 Kilowattstunden. Und diese Heizung hat 16 Stunden bis zu 16 Stunden im Tag gebrannt. Also können wir rechnen, 16 mal 0,25 also etwa 4 Kilowattstunden. Jetzt versucht es mal, jetzt gebe ich euch ein Holzstück, wie groß ist ein Kilo Holz? Buchenholz. So? Nicht grösser. Und jetzt gebe ich euch das in die Hand und zack, heizt 24 Stunden einen 20 Quadratmeter Raum im Winter mit diesem Holz. Und jetzt macht es da, jetzt dämmert es, oder? Ihr schafft das nicht. Selbst wenn der ganze Rauch im Raum bliebe, ihr schafft es nicht, mit einem Kilo Holz einen Raum so zu heizen. Nicht? Mit dem Stangen. Mit dem Stangen. Und das hat jetzt aber nicht ganz so ausgesehen, weil, also dieses, das war so, nicht? Und dann habe ich bemerkt, hallo, also nach einer halben Stunde ist da unten so heiss, dass man nicht mehr anfassen konnte. Jetzt, was habe ich gemacht? Ich habe da noch zwei Bleche, parallel jeweils, die waren 30 mal, 7 mal 30, also 210 Quadratzentimeter mal 4, 840 Quadratzentimeter zusätzliche Fläche. Und jetzt kann ich sagen, die Gesamtfläche von dem Aufbau war etwa so gross wie ein 60 mal 60 Zentimeter Radiator. Und damit kann ich heizen. Also das hat sich schon ein Winter lang erprobt. Jeden Tag 10 bis 16 Stunden gelaufen. Ohne Probleme, ohne irgendwas. Diese Zelle ist 7 Monate, Monate, jeden Tag, 10 bis 16 Stunden gelaufen. Ich habe sie noch nicht gereinigt. Wer sieht jetzt da vielleicht da unten, aber das ist alles, nicht? Da kriegen wir jetzt auch Langzeitwerte raus. Wie verhält sich sowas? Und wie ich gesagt habe, ich bin kein Freund unbedingt von Aluminium. Das war von Anfang an eigentlich mein Sinnen Keramik. Sowas aus Keramik, aber das ist schweineteuer, wenn man kein Töpfer isst. Und jetzt haben wir da in unserer Gruppe einen Töpfer und schaut mal, das ist gestern gekommen, das hat er mir gestern gemacht. Der hat jetzt schon so eine Röhre gebaut und er hat noch diese Panelen, die ich seitlich habe, hat er das so als Rohr angebracht. 50 Zentimeter hoch. Keramik, schaut gut aus. Also für Künstler, es gibt auch da, warum macht man jetzt das Rohr halb rund? Ich kann Engelsflügel drauf machen, ich kann eine Sonne draufpicken oder ich kann drauf sagen, ihr könnt zu uns alle mal, ich kann alles machen. Kreativ sind mir keine Grenzen gesetzt, nicht? Wasser ist H2O und wir sagen eigentlich, im übertragenen Saal, wir sagen, wir haben, wir erzeugen HHO-Gas. HHO-Gas, also H2O und jetzt ist eben der Punkt der, ihr wisst, an einer Uni, es wird nur das erforscht, wofür es Geld gibt und wer gibt das Geld? Die Industrie. Also wird nur ganz begrenzt werden die, wird die Welt erforscht. Jetzt ist zum Beispiel man setzt einfach immer dieses HHO, was wir da haben, mit H2 gleich aus der Flasche und da haben schon die Wissenschaftler aufgehört und haben gesagt, hallo, etwas kann da nicht stimmen mit unseren Werten, die wir in den Lehrbüchern haben, stimmt einfach nicht überein. Das Gas ist anders, definitiv und es wird immer noch darüber gestritten, wir gehen einfach davon aus, es gibt nur H2, weil H sich sofort wieder zu H2 verbinden würde, und jetzt, wenn wir H hätten, dann hätten wir x mal mehr Energie und das könnte eben sein, dass das eben ein Unterschied ist zum Flaschengas, dass wir da eben vielleicht ein paar Prozente H haben. Angenommen, ich erzeuge H, einfach H einzeln, dann will sich das sofort wieder verbinden, wenn ich das jetzt aber auf dem kürzesten Weg gerade wieder verbrenne, hat das noch keine Zeit gehabt, sich schon und hätte dann mehr Energie. Dieses Gas, also normal Gas explodiert, dieses Gas macht etwas ganz Besonderes, das macht zuerst eine Explosion und die ist, also Millisekunden danach erfolgt eine sogenannte Implosion und rein fachlich müsste man sagen, es ist nicht ganz korrekt, es ist keine Implosion, aber wir können jetzt mal so pauschal sagen, es fühlt sich so an wie eine Implosion, weil es ist nämlich eine um 1860-fache Schrumpfung, die in einer Millisekunde passiert und ein Freund von mir hat mit dem Versuche gemacht, wir haben einen Kolben befüllt mit Gas, zwei Drittel und dann haben wir es gezündet, also eine Zündkerze eingebaut, gezündet, wisst ihr was passiert? Der Kolben schnellt raus und zieht wieder zurück an dieselbe Stelle, wo der Ausgangspunkt war, also Explosion und Implosion und das macht und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Verbrennungsmotor ist auf Explosion ausgelegt, das kann nicht funktionieren, also solange wir mit diesem Gas Verbrennungsmotoren herkömmlicherweise betreiben, werfen wir einen Teil der Energie einfach weg, also das ist nicht der richtige Weg. Da gibt es einen Pakistani, der hat auch Videos im Internet, der hat ganz genau beschrieben, wie man einen Motor, also einen Viertakter baut man um auf zwei Takte und das geht aber nur mit Motoren, die oben liegende Nockenwellen haben, weil unten kommt man ja schlecht ran, in der Ölwanne, also schleift man die um, die Nocken, man muss erst einmal Kurbelwelle, Nockenwelle auf eins zu eins bringen und dann hat man zwei Takte und dann wird im ersten Takt das Gas angesaugt und sobald das Ventil zugeht, explodiert das Gas, drückt den Kolben runter und die Implosion saugt ihn wieder hoch und dann fängt das gleiche Spiel von vorne an. So könnte es gehen. Ja, jetzt muss ich euch fragen, habt ihr jemals von einem gewissen Daniel Dingel gehört? Ist das ein Begriff, dieser Name? Das ist ein Philippino, ein Mann auf den Philippinen, Daniel Dingel und dieser Mann, Dingel, fast wie Dinkel, Dingel und der ist jahrelang mit einem Toyota Carola nur mit Wasser Auto gefahren, jahrelang und das war auch wieder so eine berühmte typische Geschichte, die philippinische Regierung wollte ihn unterstützen, das wollte man herausbringen, wer ist gekommen? Die Amerikaner und haben gesagt, ja, wir investieren nur dann in euer Land, wenn ihr von dem abseht. Also wurde alles fallen gelassen. Was ist mit dem Mann passiert? Man sagt, er habe bei Hanenkamp Wetten Geld verloren, konnte dann Investoren, die ihm schon Geld gegeben haben, nicht zurückzahlen und ist dann ins Gefängnis gekommen, für 20 Jahre und ist jetzt inzwischen im Gefängnis verstorben. Das ist nicht nur ein Fall, es sind dutzende Fälle, wo genau das abgeht. Also, wo ist der Stand? Also, 300 Watt etwa, wenn es kalt ist, wenn es wärmer war, sagen wir, 6 Grad über 0, da konnte ich die Heizung dann auf 60 Grad runterdrehen, eine Stunde lang und dann nach einer Stunde wieder auf 240 Watt drauf, so ergibt sich ja eine, wie soll man denn sagen, eine mittlere Leistung, die noch nicht bei 240 Watt Aufwand liegt. Und schaut einmal, ihr werdet, wenn ihr jetzt einen 20 Quadratmeter Raum elektrisch heizen wollt, ihr schafft es nicht unter einem KW. Was haben denn diese Radiatoren? Die haben alle ein bis zwei KW Leistung. Das ist ein Wahnsinn, was da verbraten wird. Ja, es kommt der Hammer. Dann habe ich mir gedacht, ich will ja sicher unterwegs, ich will mich ja nicht umbringen, oder? Es könnte ja Radio, also ich habe Ebay geschaut und habe dann tatsächlich aus NATO-Zeiten noch, wo die Mauer noch war, habe ich so eine Tasche, ein Radioaktivstahlmessgerät besorgt. Für 60 Euro und das Teil funktioniert super heute noch, bis 30, 40 Jahre alt funktioniert super. Also bin ich bewaffnet mit dem radioaktiven Strahlmessgerät, gehe ich da zur Mikrowelle, nichts, gar nicht. Vielleicht also eine Idee erhöht, aber das kann man vergleichen, es gibt doch Uhren, die haben so grüne Zifferblätter, wenn ich da mit hingehe, macht es auch so ein bisschen etwa vielleicht in der Art. Und dann ist der Punkt der, wir haben es ja da nicht mit radioaktiver Strahlung zu tun, aber wir haben es mit Mikrowellen zu tun, es ist eine Mikrowelle, die ist ja brandgefährlich, Todesstrahlen, habe ich habe ich habe ich mir ein Mikrowellen Messgerät besorgt und bin zu der Mikrowelle hin, rundherum geschaut, ja 0,4 Milliwatt hat es angezeigt, noch nichts gepiepst, also wenn es über 5 Milliwatt ist, dann geht ein Piepsen los, schritt man, nichts, gar nichts bei der Mikrowelle und dann habe ich mir gedacht, ja hallo, haben nicht die Handy auch, man hat doch schon so Videos gesehen, wo sie Eier oder Popcorn machen mit 3-4 Handys und ist das ein Fake oder ist es ja, also gehe ich mit, rufe ich mich mit dem Handy an, gehe mit dem Mikrowellen Messgerät zum Handy und piepst die ganze Zeit, hört nicht mehr auf, über 20 Milliwatt und das habe ich an meinem Ohr jeden Tag 10 Mal Wie? Wie viel hat die Mikrowelle? Die Mikrowelle hat, wie viel Watt? 900 Watt 0,4 0,4 wenn es zu ist ja aber es geht ja nur im Betrieb wenn die Türe zu ist es ist ja sicherheitsvoll Handy 20 Milliwatt und da habe ich mein Gott vor 20 Jahren haben wir gehört dass das gefährlich sei wir haben es vergessen wir haben es ignoriert wir benutzen jeden Tag das Handy haben es am Ohr und dann kommt die Mutter meiner Frau zu Besuch und sagt ja aber sie hat Ohrhörer drin da habe ich gesagt schauen wir gerade mal schnell bin ich mit dem Mikrowellenmessgerät an die Ohrhörer gegangen die sie ja im Ohr hat und es war noch viel schlimmer und der Witz ist der also es nützt wenn ihr Ohrhörer benutzt könnt es vergessen es bringt nichts weil das Handy habt ihr wenigstens auf dem Ohr drauf die Ohrhörer sie gehen aber noch zwei Zentimeter ins Ohr rein ist also noch tiefer im Kopf drinnen das heißt euer Hirn wird bis zur Hälfte mit Mikrowellenstrahlen gekocht also wenn Handy telefonieren auf den Tisch legen auf Lautsprecher schalten und einen Meter davon Abstand halten dann ist es gefahrlos nicht dass ihr mit dir seht also ich bin im Prinzip viel gefährlicher unterwegs wenn ich die Technik die mir heute angeboten wird verwende als wenn ich Versuche mache also verwendet tut es euch einen Gefallen verwendet die Handys so selten wie möglich und vielleicht nur zum SMSen da habt ihr es ja auch in der Hand aber gebt das nicht an euer Ohr ich sehe einfach seit ich mit Wasserstoff unterwegs bin wir werden von hinten bis vorne jeden Tag nur verarscht seien es Politiker seien es alle man sagt ja wie ich das eingangs schon erwähnt habe man sagt ja diese Flamme Qualitäten nach dass sie sogar Radioaktivität vernichten können und unter Umständen auch Stoffe transmutieren können das ist ein Stückchen Kalk Kalk wenn man ihn zwei Jahre aufbewahrt dann gibt es so Klumpen drin oder ist normalerweise ein Pulver jetzt ist es ein festes Stückchen nicht jetzt schalten wir das nochmal ein aber nicht jetzt schaut was passiert das nennt man Kalklicht irre hell und ich habe jetzt nichts anderes gemacht nichts anderes und der Witz ist dieser Kalk der bleibt so wie er ist der verbrennt nicht da kann nichts mehr passieren der ist einfach Kalk ist nachher noch Kalk vielleicht ein bisschen bröseliger aber ist Kalk jetzt habe ich nichts anderes gemacht als dreimal in einer Stunde so ein Stückchen Kalk erwärmt und die Temperatur ist auch stabil geblieben und jetzt habe ich ausgerechnet da brauche ich natürlich nur 300 Watt jetzt habe ich ausgerechnet auf wie viele Wattstunden komme ich jetzt wenn ich den Raum mit dem Kalklicht heize auf sage und schreibe 45 Wattstunden bin ich runtergekommen also ist das Kalklicht ist noch besser als die Sandheizung jetzt müsste man da was bauen dass man quasi diesen Kalk in eine Röhre gibt und nicht das sieht es dann aber aufwendiger jetzt habe ich eine Flamme da muss ich Flammenüberwachung bauen Kontrollmechanismen dass nichts passieren kann aber nur zum Sagen theoretisch es ist möglich mit 45 Wattstunden ein Haus zu heizen also einen Raum zu heizen und das sind 45 Wattstunden 0,045 5 Kilowattstunden das 10 Stunden dann sind es 0,4 Kilowattstunden in einem Tag 10 Stunden wenn ich 10 Stunden heize es ist ein nichts ja genau genau jetzt nehme ich die Flamme und das wollte ich euch eigentlich heute zeigen aber wir haben kein Magnet da etwas Kohlepulver rein Kohlenstoff mit der Flamme zwei, drei Mal aufheizen abkühlen lassen und dann mit dem Magneten testen und was ist passiert voll magnetisch also auch diese Flamme die Wasserstoffflamme transmutiert Stoffe der Kalk der bleibt kalt das ist der Kohlenstoff der zu kann man sich vorstellen ein paar Atome Kohlenstoff und vielleicht noch ein, zwei Atome Wasserstoff und schon haben wir Eisen und andere Stoffe jetzt müsste man sagen sagt es euch ich frage euch jetzt also ich ich fange immer mehr an ich tue den Leuten keine Antworten mehr liefern weil die geben sie sich selbst ich stelle Fragen und ich schaue dass ihr mit mehr Fragen nach Hause geht als ihr gekommen seid jetzt frage ich euch ist das etwas was man einfach so auf die Seite schreibt und sagt ist nicht interessant das brauchen wir nicht wir haben Öl und Gas und Kohlen und Atomkraft oder ist es wirklich so in der Welt gibt es eigentlich die exakte Messung also man kann ja das ist ja im Prinzip der Herzkörper ja also man kann ja eigentlich messen wie viel Energie ist der Ort also ich habe das Sandrohr ja klar könnte man messen aber ich muss sagen ich mit meinen Mitteln habe es aufgegeben Messungen zu machen weil ich habe gemerkt ich schaffe das nicht dass ich die ganze Energie die da ist messe weil bevor ich sie messen kann haut sie mir schon ab irgendwo also Messtechnik ist eine ganz eigene Geschichte und das sollte man den Spezialisten überlassen darum habe ich angefangen einfach Vergleiche zu machen ich vergleiche eine Stromheizung mit einer Ölheizung oder Stromheizung mit einer Holzheizung und dann sehe ich wo wo geht es für mich besser auf und dann wenn ich als Laie also ich bin ja kein Wissenschaftler Aussagen mache über Effizienz dann lachen die Hühner oder die Professoren wenn ich aber sage hallo Leute ich habe diesen Winter 800 Euro gespart weniger ausgegeben dann muss man nicht mehr lachen weil das ist Fakt das war ein milder Winter das ist Wurst das ist Wurst es war ein sehr milder Winter ich war auch sehr froh weil unsere Winter sind in der Regel lange acht, neun Monate kann das wir haben schon Winter Jahre gehabt wo es gerade mal im Sommer zwei Tage warm war und sonst durch die Wand war kalt es war ein schöner milder Winter aber so ein großer Unterschied ist es nicht weil ich habe ja auch in den Jahren davor Erfahrungen ich sage es einfach nur Erfahrungen gemacht jetzt was kann man da noch machen jetzt habe ich euch noch lange nicht alles gezeigt mit der Flamme heizen wie gesagt wenn man das messen will ist es schwierig es geht immer ein Teil Energie verloren was habe ich da kennt jemand dieses Teil das nennt man Katalysator sowas habt ihr in jedem Auto drin in jedem Motorrad da ist nichts anderes als Metall beschichtet mit Palladium oder Platin meistens lässt man heute das Platin weg weil es zu teuer ist und nimmt Palladium dafür also dasselbe was da in der Sandheizung ist diese Entwicklung habe ich zuerst gemacht ich heize das nur kurz vor mit der Löwe auch das muss etwa 60 Grad haben bevor ich da das Gas drauf lasse und jetzt schaut euch das einmal an was jetzt da passiert ich darf aber nicht zu nah ran also es wird schon glühend könnt ihr das sehen ich habe da ein Gas da ist keine Flamme null keine Flamme es ist nur Gas was rauskommt und das Gas das sieht man jetzt richtig bildlich wie diese Schicht das Gas wieder zu Wasser zusammenfügt ohne Flamme woran siehst du das das ist Wasser wie woran sieht man dass das Wasser wird ja wenn ich da oben wenn ich das so mache und ich habe da oben ein Glas mit Wasser dann beschleigt sich das sofort und es gibt es ist nicht anders möglich es muss Wasser sein weil wenn H und O wieder verbunden sind ist Wasser oder Wasserdampf und es wird glühen wenn sich das verbindet ja dadurch entsteht die Energie durch die Rekombinationsenergie und jetzt haben wir ja dann auch nicht mehr kommt ja dann mit allen möglichen Leuten zusammen und da wird offenbar an unter Professoren klammheimlich natürlich tatsächlich diskutiert es könnte sein dass die Energie die entsteht wenn Wasserstoff und Sauerstoff rekombiniert wird sogar höher ist als die Energie die notwendig ist um das Wasser zu spalten allen Ernstes wird das diskutiert aber wir hören natürlich nichts davon oder ja Sie müssen ja die Schulbücher umschreiben ja ja Sie müssen sie erst in Wirtschaftszwecke gießen bevor man das öffentlich hat es richtig verstanden das Gas ist beides jetzt das O und das H ist beides in einem Gemisch ja und das Wasser das verwendet wird ist das das muss destilliertes sein das ist destilliertes Wasser und zwar deshalb weil würde ich jetzt normales Wasser verwenden Regenwasser auch hat auch noch Stoffe drin dann würden die Stoffe bleiben immer drinnen und raus geht nur H und O das heisst die Zelle würde mit der Zeit versalzen und immer mehr also muss ich destilliertes Wasser nehmen und mit diesem Keramikrohr wäre das ja auch viel praktischer weil das hat ja dann auch Wärmestrahlung das hat das hat dann Infrarotstrahlung selbst wenn das 100 Grad hat genau also ich kann euch sagen das ganze Rohr mit dem Oberteil hat 70 Grad abgestrahlt wunderbar im Winter das heisst wenn wir destilliertes Wasser verwenden müssen wir die Energie die ich aufwenden muss und destilliertes Wasser zu gehen haben die zu zählen nein weil ich kaufe das nur einmal und dann kippe ich wieder in die Zelle rein ich muss mir das nicht dauernd nachkaufen das ist jetzt die Form und das ist auch das was ich immer bei den Leuten dann anregen will das ist normale man nennt das Brut das kommt alles aus Amerika ihr müsst wissen die Amerikaner sind uns da um 20 Jahre voraus gewesen als ich angefangen heute sind wir schon ein Stück weiter also haben wir fast überholt sogar man nennt das Englisch Brute Force Electrolysis also brutale Gewalt also man treibt mit Strom die Moleküle auseinander der Stanley Mayer der hat also quasi eine Elektrolyse betrieben in Resonanz und dieses Resonanz hört man heute immer wieder immer mehr kommt das in die Ohren alles muss in Resonanz ablaufen und dann wird es besonders effizient und der hat dann natürlich nicht so viel Leistung gebraucht wie ich der hat mit einer ganz minimalen Leistung hat er einen Haufen Gas gemacht der Stanley Mayer ist nicht mehr da er kann es uns nicht mehr sagen wir müssen jetzt das noch einmal neu finden und es gibt einfach es gibt Leute die suchen aber zu wenig offenbar es passiert nicht viel man müsste jetzt wirklich Elektroniker Fachleute müssen da suchen wie kann ich diese Zelle in Resonanz bringen ich habe vor einem Jahr hat ein Bekannter von mir der hat einmal ein Video ins Netz gestellt der hat es einmal gehabt mit etwa 20 Kilohertz ist er auf ein Wasser gegangen und das war nur unter Spannung gesetzt nur mit Spannung ohne Strom quasi ohne Leistung und der hat tonnenweise Gas erzeugt und es ist ihm aber dann nicht mehr gelungen also einmal geht es einmal geht es nicht und dass man das verlässlich und das sage ich ja immer das ist ja ein Anfang jetzt oder und da müssen wir jetzt weitergehen aber wenn da ein Interesse ist und die Leute das machen was meint ihr in welcher kurzer Zeit wir da Riesensprünge machen könnten aber es ist ja nicht gewünscht nicht ja es ist so es kann schon sein dass man gefährlich unterwegs ist aber ich denke solange man nur als Bastler unterwegs ist ist es relativ ungefährlich sobald man aber der Industrie auf die Füsse tritt dann wird es gefährlich oder und da müssen wir auch aufpassen oder auch mit Videos das ist ja auch nur im Internet vorhanden aber wie gesagt also ja andererseits wir haben jetzt auch 2014 oder ich weiss nicht was habt ihr gedacht also es ist ja eine verrückte Welt in der wir jetzt gerade leben alle warten dass etwas passiert und ist noch immer nichts passiert und man erwartet dass das Geld zusammenbricht ist noch immer nicht passiert ja irgendwann wird es dann schon sein es wird kommen wenn man jetzt auf den Professor Hörmann hört kommt es früher als man denkt ja 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 es gibt nichts kostbareres als die Freizeit weil die gibt dir niemand mehr zurück wenn die abgelaufen ist du hast nur so viel Zeit zum Leben und dann war es das und mit der Zeit kann ich halt Sachen machen würde ich von morgens bis abends in Geld nachrennen könnte ich so vieles nicht machen ich bin Heilpraktiker ich habe 20 Jahre eine Praxis gehabt in der Schweiz in Basel tausende von Leuten behandelt das war mein Leben und irgendwann habe ich mir gesagt hallo es gibt so schöne Dinge Leute malen singen tanzen erforschen die Welt und ich bin die ganze Zeit nur mit Kranken das muss nicht sein also 20 Jahre sind genug und dann habe ich das an den Nagel gehabt ich habe dann ein Buch geschrieben über Bäume die 12 Bäume das also Energy das bin ich falls jemand schon mal gehört hat davon ich habe 12 Bäume beschrieben jeder hat ein bestimmtes Lebensprinzip so habe ich das genannt und ein Lebensprinzip ist etwas ohne dass es diese Welt nicht gäbe also jetzt kann man sagen zum Beispiel Liebe ist so ein Lebensprinzip ohne Liebe gäbe es keine Welt kann man sagen nicht und jetzt gibt es aber noch 11 weitere und die Esche kennt ihr die Esche die ist das Prinzip der Fülle und sie lehrt uns je mehr ich gebe desto mehr kriege ich auch also und wenn ich gebe brauche ich mir ums kriegen gar keine Sorgen mehr zu machen weil es kommt eh immer mehr zurück als ich zu geben vermag nicht nur muss man sich dessen was man gegeben hat auch bewusst sein und man muss das auch schätzen was man an Gaben zu geben hat und das geben ist nicht immer nur Geld sondern es kann ein Lächeln kann das Leben eines Menschen verändern ein Leben retten also wir haben und wir versuchen ein Leben lang uns auszubilden uns anzustrengen zu kämpfen um irgendwas zu haben was wir geben können dass wir wer sind nicht und dann haben wir vielleicht den Titel und dann sind wir wer aber im Grunde genommen haben wir alle etwas in die Wiege gelegt gekriegt Liebe Freude Schönheit Wohlwollen wir können das geben und wenn wir das geben ist es unendlich viel wert und das haben viele Menschen noch nicht ganz begriffen und so habe ich von Anfang an mit dem immer gearbeitet ich habe alles immer hergegeben ich habe ohne Rücksicht auch Verluste schaut Leute nehmt es da habt ihr es und leider bin ich aber auch ein bisschen enttäuscht worden dann weil ich glaube die Gier war noch nie so groß wie heute es gibt so viele und ich glaube die Gier frisst das Hirn weg der Leute es geht nur noch ums Konsumieren und wenn ich einkaufen gehe glaube ich nicht dass da irgendwer mit mir spricht ich gehe unter zig Leute ja man sagt guten Tag auf Wiedersehen es kostet 40 Euro 45 ich zahle ich gehe wieder das ist die ganze Kommunikation die man heute hat alle sind so 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 kaufen verkaufen schnell 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 auch auf dem Land nicht nur in den Städten so jetzt kennt ihr habt ihr schon mal gehört von Stirling Maschinen Stirling Motoren ja also eine Wärmekraft Maschine also und da haben wir so eins und das ist ein Modell hat auch schon 98 oder 120 Euro gekostet leider es ist eine ganz einfache Technik also einfach viel einfacher als jeder Verbrennungsmotor die Effizienz liegt vielleicht auch maximal elektrisch bei 20% und da sagt man immer es hat keinen Sinn Stirling Motoren zu bauen weil die sind so wenig effizient aber denkt daran ein Verbrennungsmotor unser Auto hat auch nur 20% und mit dem fahren wir jeden Tag herum also so abwegig ist es nicht warum sollten wir nicht Stirling Motoren haben wenn ich jetzt viel Hitze habe dann könnte ich diese Hitze in Strom verwandeln und jetzt normalerweise und das ist das Problem von denen es gibt jetzt Firmen die Leistung Stirling machen damit wollen sie Blockheizkraftwerke bauen die dann so teuer sind dass sie eh niemand kauft und die haben jetzt aber alle ein Problem gehabt die haben jetzt ihre Sterlings da ist der Kolben den muss man befeuern mit Pellets befeuert und das rust und dann werden denen die Kolben verrußen mit der Zeit und da haben Mords Probleme gehabt und es gibt zwei Firmen in Deutschland die sind schon pleite jetzt da mache ich tue jetzt den Kolben ich habe diesen Kolben natürlich vorher beschichtet mit einer Palladium Schicht da ist dieses weisse Zeug was man da sieht jetzt tue ich da mit der Lötlampe das ein bisschen vorwärmen damit diese Schicht dann auch richtig reagiert ich weiss es da läuft schon ja ihr seht da also mit der Lötlampe mit der Flamme das rennt und jetzt schalte ich die Zelle ein jetzt habe ich keine Flamme mehr und jetzt gehe ich mit dem Gas hin keine Flamme nur Gas ich kann da dazwischen gehen ist nicht heiß erst jetzt jetzt bin ich zu nah hingegangen jetzt brennt die Flamme es ist nicht heiß weil nur Gas rauskommt und jetzt kann ich wieder reinschalten jetzt bin ich da dran gekommen also es ist so diese Schicht ja es brennt schon wieder diese Schicht die hält halt nicht sehr gut das ist nur für einen eine Demonstration gedacht gemacht diese Schicht wissen wie ich gemacht habe also ich habe einen Katalysator den ihr im Auto habt die gibt es in Keramik und in Metall habe ich ausgebaut und die haben lauter so Plättchen drin und aus Keramik da habe ich so ein Plättchen raus genommen und habe ein klein fingernagel großes Stück raus gebrochen habe das im Mörser zerkleinert mit etwas Wasser eine Paste gemacht und da drauf gestrichen fertig das ist die Schicht die macht dass das Wasserstoff und der Sauerstoff wieder zusammen gefügt wird und das erzeugt die Hitze und darum rennt er dann weil ich zu nah hingegangen bin weil diese Schicht also sobald ich da zu nah hingehe dann reagiert das sofort und ich habe die Flamme oder eigentlich müsste man da wie auch bei dem Katalysator da bei dem eigentlich müsste man da wenn man sicher sein wollte dass es nicht eine Flamme gibt muss man Gas und Luft durchblasen und dann muss man eine Mischung machen Gas Luft die so gut ist dass es nicht zur Flamme kommt aber das kann ich jetzt da nicht machen in dieser Demonstration da ist man zu nah oder zu weit weg aber nur dass ich gesehen habe wie das geht und jetzt zeige ich euch noch das mit der Flamme und dem Wasser jetzt schauen wir mal komme ich da durch könnt ihr das sehen jetzt also ich habe da Flamme mit einem Hütchen und die Flamme brennt im Wasser jetzt ist sie ausgegangen muss ich sie wieder an machen vielleicht ein bisschen weniger es kann sein weil das eine kleine Düse ist wenn das zu stark bläst aber ihr seht es brennt da im Wasser drinnen es ist halt nicht das richtige Hütchen jetzt da ich habe sonst ein bisschen ein längeres Hütchen und ich habe jetzt die Düse auch nicht dicht einschrauben kann da kommt noch ihr seht wie das brennt im Wasser jetzt habe ich Versuche gemacht gibt es irgendeine Flamme die im Wasser brennt habt ihr noch nie gesehen ja aber dann mit Leistung jetzt habe ich Versuche gemacht ich habe dann Versuche gemacht es ist schon warm worden ein bisschen und zwar habe ich wenn ich jetzt einfach so mit der Flamme ins Wasser gehe dann wird es nicht so schnell warm aber weil die Flamme muss gegen etwas brennen damit es volle Leistung kriegt und jetzt habe ich Versuche gemacht ich habe ein das nennt sich ein Aluminium Nitrit eine Platte reingegeben die tut fast noch besser als Aluminium Wärme wegleiten und habe mit der Flamme so gegen das gebrannt und ich habe eine 90% Effizienz in der Wassererwärmung erreicht also das Wasser hat sich mit 90% also es sind eigentlich 90% Effizienz in der Erwärmung vom Wasser das heisst in Bezug auf die aufgewendete Energie also das kann man ganz einfach machen man nennt das kalorimetrischen Test ich schaue wie viel Energie brauche ich für die Flamme und wie viel erhalte ich wenn ich jetzt ein Liter Wasser habe und der erwärmt sich um ein Grad dann brauche ich 4,19 also man kann regnen 4,2 das machen die Techniker 4,2 Kalorien und das dann mal 1000 weil es 1000 Milliliter oder 1000 Gramm und dann habe ich die Joule Menge von der Energie die ich erhalte und das kann man dann gegeneinander setzen und das war bei 90% und dann habe ich denselben Versuch mit einem elektrischen Tauchzider gemacht und ich war bei 86% und jetzt kommt aber noch etwas dazu und das ist der Hammer das habe ich an der Uni in Wien auch demonstriert ich habe dann etwas Stahlwolle in dieses Wasser gegeben und habe gegen die Stahlwolle gebrannt und was passiert da es fangen haufenweise Blasen hochsteigen und jetzt könnte man denken das ist Wasserdampf oder Luft oder so nein es ist noch einmal Gas also habe ich mit 90% Effizienz Wasser erwärmt plus noch ein Gas erzeugt noch extra und wo sind wir da wenn wir dann das ausrechnen wenn ich da nur 100 Milliliter Gas noch zusätzlich erzeuge zu der Erwärmung die ich schon habe dann gute Nacht darf ich gar nicht mehr laut sagen das wird dann heikel weil eins muss man sagen so eine Zelle und das ist das mein großer Ärger eigentlich das Rohmaterial einfach das Material für so eine Zelle kostet um die 300 Euro also Zelle mit dem mit dem mit allen Schläuchen mit allem drum und dran aber ihr kriegt das nicht für 300 Euro zu kaufen jetzt gibt es sehr schlaue Leute die die bei mir einen Kurs gemacht haben ich mache jetzt eigentlich keine Kurse mehr aber machen jetzt andere überall und die haben jetzt da ein super Geschäft aufgezogen die verlangen für so eine Zelle 700 bis 900 Euro und wenn man jetzt bei denen einen Kurs besucht dann zahlt man 1600 Euro wenn man Zelle und Kurs machen will und das ist einfach eine Frechheit nicht und darum habe ich gesagt ich habe es da ich habe keine Lust mehr viel zu machen es soll doch 55 sein und ich meine ich finde dass das irgendwie so die Haltung die du hast da ziemlich gut ist weil du hast so wenig stolz oder du hast deine Energie frei um immer wieder neue zu machen und mich geht es auch nicht die Energie verlieren da hinein ich habe jetzt auch wieder gedacht was ist jetzt wenn wir freie Energie haben sind die Menschen jetzt reif dafür und was passiert wenn jeder so viel Energie verbrauchen kann wie er will es kostet nichts das ist die Frage aber soll man jetzt nichts mehr tun weil man es nicht weiß man muss einfach seinem Stern folgen und leben oder was hat so was so so Vielen Dank.